Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge SkyBees 2. Wir haben uns beim letzten Mal mit dieser wunderschönen Rüstung beschäftigt, das es ziemlich lange gedauert hat. Und jetzt sind wir endlich in der Lage, diese Rüstung zu verwenden, denn heute werden wir uns eine Whistle Rose holen müssen. Und dafür müssen wir, ja, einen halben Kampf machen im Grunde. So richtig werde ich den wahrscheinlich nicht machen, denn ich bin ja nicht lebensmüde. Aber ich muss auf jeden Fall entspannen. Ähm, ja, und deswegen werden wir damit auch gleich loslegen. Schauen wir doch erstmal, ich brauche nämlich hier das hier. Ich brauche natürlich auch genauso Soul Sand. Vielleicht mache ich mir gleich noch ein paar mehr, weil man weiß ja nicht, was mit dem Witter gleich passieren wird. Ist es doof, wenn ich zu viel nehme? Wahrscheinlich. So, einmal das hier, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, damit haben wir theoretisch zwei vorbereitet. Und das bedeutet, wir müssen eigentlich nur noch eine Stelle finden, wo wir dann gleich Mops schlachten lassen. Und wir brauchen ein Chatpack. Denn dieses Chatpack ist für mich das Wichtigste. Ohne das werde ich die Sache nicht überleben können. Deswegen gehen wir jetzt in den Neter und werden da gleich spawnen. Also, ich bin gerade ein bisschen beeindruckt von diesem wunderschönen Schwert, aber wir gehen jetzt mal weiter, denn wir müssen am besten gleich zum gefährlichen Ort, wo ich eigentlich gar keine Lust drauf habe. Denn ihr wisst ja, da hinten gibt es diese wunderschöne Festung und da ist so viel Action, dass ich mich selbst eigentlich gar nicht reintraue. Aber, ich denke, wir müssen diese Situation ausnutzen. Also, erstmal muss ich hier eine Stelle finden, wo ich überleben kann. Das wäre schon mal ganz wichtig. Ich glaube, hier bin ich jetzt sicher. Das heißt, wir starten direkt mal los und werden den hier spawnen und danach so schnell wie möglich Distanz aufbauen. Genau. Okay, okay, okay. Also, ich bin jetzt weit weg, sodass der mich nicht fokussieren wird, hoffentlich. Wir sehen ihn auch noch ein bisschen. Bitte, du siehst mich nicht. Okay, er fokussiert die ersten Gegnern, glaube ich. Oder? Er macht gar nichts. Ah, doch. Da kam der erste Schuss. Der nächste Schuss. Komm. Zeigt, dass du die Leute bekämpfen kannst und nicht einfach nur ein bisschen ein paar stumpfe Schüsse austeilen kannst. Also, ehrlich gesagt, wirkt das Ganze gerade ziemlich random. Und die Blazes sind nicht mal so krass auf mich fokussiert. Also, ja, doch ein paar. Äh, beziehungsweise nicht auf mich fokussiert. Sollte relevant sein, sondern eher, dass die auf den Witter fokussiert sind. Der gerade immer weiter hoch geht, denn offensichtlich gibt es da einen Einzelkampf zwischen Blaze und Witter. Und wird er, wird er gleich sterben? Da fällt mir ein, müsste da nicht eigentlich der Boden voll mit Erde sein, damit es funktioniert? Habe ich da irgendwas verpasst? Und die Blazes, die wollen lieber mich angreifen. Oh, ich hab's. Es hat wohl doch funktioniert. Ich habe meine erste Witter Rose bekommen. Und das heißt, der Witter hat seinen Job getan. Oh, äh. Ja, der Witter hat seinen Job getan und damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also, ähm, wir können direkt rüber gehen, denn mehr brauchen wir nicht. Dieser Witter, der wird wahrscheinlich nie sterben. Außer wir kommen irgendwann mit sehr OP-Equipment. Aber ich gehe jetzt zurück in meine sichere Umgebung und werde da das Ding nochmal ein bisschen produzieren, denn wir brauchen zwei davon und nicht nur einen. So, wir sollten gleich unsere erste Blume haben. Und, zack, die ist nicht entstanden. Ähm, es könnte natürlich sein, dass die Chance nicht 100% ist. Das, ähm, daran habe ich nicht gedacht. Witter, das ist das hier und wir schauen mal rein. Eine 60%-ige Chance. Ich meine, bei einer 60%-ige Chance hatte ich eigentlich Hoffnung. Ah, es gibt einen Unterschied zwischen Sansend und Sanssoil beim Herstellen oder beim Wachsen. Und das heißt, wir sollten eigentlich Sanssoil nehmen, damit das Ganze schneller geht. Jetzt ist nur die Frage, kommen wir eigentlich besser an Sanssoil ran? Ist ja nur Cursed Dirt und ein bisschen Organic Water. Ähm, schauen wir doch mal rein. Wir haben hier Cursed Dirt. Packen wir mal rein. Dann stoppen wir das Ganze hier. Und dann machen wir das Ganze mal hier mit, ähm, Soil, genau. Also Soil, Soil. Das wollten wir herstellen. Und dann ist das Ganze gleich effizienter und ist ja einfach praktisch für uns. Jetzt aber bitte eine Rose. Und es ist Es ist eine Rose entstanden. Super. Erstmal machen wir das Ding wieder leer. Das heißt, wir hätten jetzt rein theoretisch die zwei, aber es wäre doof, jetzt die zu nehmen. Deswegen lassen wir sie kurz laufen. Dann haben wir gleich hoffentlich mehr als zwei. Okay, wir haben mittlerweile zwei Witter Roses zusammen. Das ist sehr gut. Und das bedeutet, wir können die jetzt endlich verwenden. Also, was brauchen wir? Wir brauchen Neter Stars, wovon ich mittlerweile genug produziert habe. Können mir sogar noch einen mehr leisten. Wäre das jetzt wichtig? Ich weiß es nicht. Ich mache einfach als Backup, weil ich nicht weiß, ob ich vielleicht noch random irgendwo noch einen brauche. Mache ich mir extra einen mehr. Und jetzt haben wir so viel, dass wir uns einen Puffer noch zusammengespart haben. Super. Und das bedeutet, wir können das hier reinpacken. Das reinpacken. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch unseren Honig. Das haben wir. Also können wir das Ganze hier mal stoppen. Und das bedeutet, wir können jetzt hier sagen, bitte, wir wollen hier am Ende produzieren. Und das heißt, eine Minute warten und dann ist gleich die Witterbiene auch bereit, um arbeiten zu können. Es ist soweit. Wir haben jetzt unseren Witterbiene Mectar Block. Den wollen wir natürlich jetzt nutzen. Und deswegen würde ich sagen, du bist, du bist nicht die die Witterbiene, du bist die Electric. Also, irgendwo ist unsere Witterbiene im Normalfall. Ist es die? Das ist die Witterbiene. Hier, komm, nimm dir den Platz. Kollege, Kollege, ähm, das ist Witter Skelett. Naja, die ist jetzt irgendwo reingegangen, aber die wird bestimmt auch gleich wieder rauskommen und dann hoffentlich zum ersten Mal arbeiten können, denn darauf warten wir eigentlich schon die ganze Zeit. Also, wir schauen jetzt mal, wie genau können wir das Ganze realisieren mit den Flächen. Denn wir wissen jetzt, wir brauchen auf jeden Fall 7x7 Flächen für die Appearers. Wir wären rein theoretisch in der Lage, wirklich vier Stück auf eine Fläche zu packen. Und damit hätten wir genau das, was wir wollen. Denn wir wollen ja letztendlich genug Bienen in diese Flächen reinbekommen, damit wir damit arbeiten können. Und das Schöne ist auch, wir können späte Gläser verwenden, die wir durchtreten können, aber andere nicht. Heißt für uns, dass wir damit genau so arbeiten können, wie ich es jetzt gerade berechnet habe. Erstmal sehr schön. Jetzt überlege ich nur weiter, ob man das vielleicht nochmal ein bisschen optimieren kann. Dann würde ich sagen, wir werden jetzt unsere erste Appiary aufstellen und ich hoffe, dass es kein Fehler ist. Das Gute ist, wir können ja die Bienen dann einfach hier rausnehmen und bei der Appiary weiterarbeiten lassen. Wir müssten nur ein paar mehr nehmen, als wir, naja, Slots frei haben. Aber wir brauchen zum Beispiel dann keine drei Diabrien mehr, weil dann reicht eine aus. Deswegen wäre das schön ganz effizient. Also, wir gucken jetzt mal, denn eigentlich müssen wir jetzt vier Beehives abreißen und ich muss ehrlich sagen, vier Beehives abzureißen wäre jetzt echt teuer. Aber, wir gucken nochmal ganz kurz. Appiary, genau, wir müssen Tier 4 Beehives herstellen. Das sollte ich aber hinbekommen. Wir testen einfach mal, ob ich mir vier Stück craften kann oder vielleicht noch mehr und deswegen bastle ich jetzt ein paar. Okay, mittlerweile haben wir eine große Menge Gras und das möchte ich jetzt alles verkraften. Denn wir werden jetzt erstmal so viele Beehives herstellen. Ja, erstmal Beehives, klar, wie wir können. Dafür brauchen wir viele Honeycombs. Aber ich denke, das sollte jetzt gerade das kleinste Problem sein. Da könnte Holz wahrscheinlich mehr ein Problem sein. Deswegen stellen wir mal ganz viel Holz her und jetzt stellen wir mal ganz viele Beehives her mit den wunderschönen Wood Honeycombs. Ach, geht gar nicht. Okay, dann haben wir Glück, dass wir davon noch eine Menge hergestellt haben oder gefarmt haben. Also, wir haben jetzt damit 141 Beehives. Das ist erstmal eine gute Nummer und wir können die ja auch umcraften. Was bedeutet, wir können uns dann rein theoretisch später insgesamt 10 Stück leisten. Das reicht auch schon fast, zumindest für T1 Apiaries. Also, das heißt, jetzt machen wir weiter und dann versuche ich mal das ganze Zeug verarbeitet zu bekommen, so gut es läuft. Und seht ihr da, wir haben zum Beispiel jetzt schon ein paar verloren, weil wir nicht genug Gras haben. Bei Stufe 2 wiederum, da brauchen wir jetzt Beeswax. Das ist eine Sache, sollten wir eine gute Menge haben. Also, da mache ich mir jetzt keine gigantischen Sorgen, aber wir werden jetzt mal schauen, ob wir gleich wieder Verluste da sind oder nicht. Und, wie wir sehen, sind wir jetzt bei 20 angekommen. Okay, wir können uns aber rein theoretisch noch mit denen hier mehr machen, aber auch da muss ich sagen, wir haben nicht mehr so extrem viele Blöcke und wir müssen die ja alle wieder Blöcken verwenden. Also von daher, ich würde es jetzt einfach mal so weitermachen und würde mal mich mit den 20 zufrieden geben, die wir gerade drin haben. Ich hoffe, es werden nicht noch viel mehr Verluste. Deswegen schauen wir mal. Und es sind diesmal 9. Okay, die Verluste werden immer größer, aber es lag auch daran, dass das diese Honeycomb-Blöcke sind, die gerade Probleme machen. Also machen wir weiter mit denen hier. Jetzt haben wir 20. Das heißt, wir können hier weitermachen und dann haben wir hier, ähm, ist auch wieder egal, welche wir nehmen. Würde ich doch auch wieder irgendwas nehmen, was wir ganz oft haben. Vielleicht halt gerade auch wieder die hier. Also erstmal nehmen wir die wieder, packen die hier rein und jetzt machen wir auch diese 20 weiter und damit haben wir hier insgesamt 20 Beehives. Bedeutet, wir können uns von den Tier 1 Appiaries rein theoretisch, wenn wir genug Waben haben, rein theoretisch insgesamt vier Stück herstellen, was sehr gut wäre und damit können wir unsere erste Fläche gleich komplett füllen. die Frage ist jetzt nur, welche Blockart nehmen wir von diesen Honeycombs. Ah, klar, Capstone haben wir auch noch eine Masse also von daher machen wir das mal und damit hätten wir, Moment, damit hätten wir jetzt insgesamt, wir haben nicht genug Netostars. Okay, ich habe leider das Wichtigste vergessen, die Netostars, das heißt, wir müssten jetzt die Witter Honeycombs verarbeiten und Glück haben, außerdem sollte ich mittlerweile ein paar mehr da drin haben und die werde ich dann auch gleich fahren. Okay, wir haben mittlerweile auch unsere Netostars, das heißt, wir sollten jetzt in der Lage sein, die herstellen zu können. Also, wir nehmen jetzt aber statt Kohle nehmen wir natürlich was anderes, denn Kohle ist mir zu wertvoll und damit haben wir jetzt insgesamt, so, haben wir insgesamt vier Tier 1 Appiaries. Das ist ziemlich cool, das heißt, wir bereiten jetzt mal die erste Fläche vor und dort werden wir dann die ersten Bienen miteinander kreuz, Moment, werden wir die ersten Bienen arbeiten lassen und, ja, deswegen baue ich mal. Okay, also, das Ganze ist jetzt mal vorbereitet, das heißt, jetzt geht es weiter. Die Frage ist nur, wo genau machen wir die Anschlüsse rein und ich denke, wir machen die so nah beieinander wie möglich aus dem Grund, hoffe ich, dass das so funktioniert, werden wir diese Appiary dann hier rein machen oder hier rein machen, glaube ich sogar. Oh Gott, wir testen es. Also, ich hau das jetzt mal da rein und, äh, dann darunter noch das Holz weg und ich glaube, so war der Aufbau. Also, wir machen das mal und, Rechtsklick, er sagt Validate, okay, okay, das funktioniert schon mal nicht. Ah, wir können hier erkennen, wo genau ist der Bereich. Wir können es aber auch verschieben, vermute ich. Das heißt, wir können jetzt mal sagen, ach, der ist normalerweise in der Mitte. Der ist normalerweise, glaube ich, im Boden drin. Oh, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das so ist. Ich glaube, erst mal, der ist falsch rum und ich glaube, der sollte da rein. Ähm, sonst würde das nicht so aussehen, wie es aussieht. Aber, die Höhe ist sogar eins zu hoch von mir, glaube ich. Okay, wir probieren es ein weiteres Mal und ich hoffe, diesmal klappt es. Diesmal machen wir sogar eins höher und zwar so und wir machen mal Validate. Klappt nicht. Schade. Ähm, dann, ich will gerne wissen, wie es aussehen soll. Also, scheinbar gibt es ein paar Blöcke, die nicht passen, aber irgendwie wird mir keiner angezeigt. Doch. Hier. Aber das sind Blöcke. Also, die Decke ist definitiv gesetzt. Daher weiß ich nicht, was das Problem an der Decke sein soll. Oh, Moment, das ist keine Decke gesetzt. Äh, vielleicht soll ich das ändern. Egal. Und, das hier funktioniert nicht, denn dieser Storage Block, der muss wohl doch ein bisschen weiter hier drin sein. Ich habe gedacht, ich mache ihn einfach hier direkt ins Eck rein, aber scheinbar kann ich es nicht überlisten. Ähm, dann, aber ich habe gehört, dass es nicht direkt der Runde sein muss, deswegen setzen wir es mal da hin und dann ist es zumindest näher an der Mitte, was schon mal ganz praktisch ist, denn je kürzer die Wege, desto besser oder desto effizienter. Aber jetzt erstmal brauche ich mehr, um die Decke voll zu machen. Oh, natürlich eine Diabine, die nehmen wir gleich mit. Die anderen lasse ich erstmal dort in Frieden. Nee, komm. Sorry, kein in Frieden. Nein! Wäre auch nicht tragisch gewesen, einen Fluss zu haben, aber sollte ich trotzdem nicht machen. Und auch, die arbeiten auch. Nein, das ist ganz doof gewesen. Das war ganz doof. Das war ganz doof. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, was da gerade passiert. Das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Es geht nicht darum, dass ich jetzt, äh, äh, ich sollte das vom Boden aus machen und nicht von hier. Ich verliere jetzt ganz viele Bienen. Ich verliere jetzt gerade ganz viele Bienen. Oh nein. Nicht jetzt. Ja, ich weiß leider nicht, wie oft ich getroffen wurde, aber es klang gerade wie eine Schlacht. Es klang gerade wie eine Schlacht. Und es wundert mich, dass bisher nur zwei oder so umgefallen sind. Noch eine. Ja, ich werde leider jetzt Verluste machen und ich hoffe, das werden keine Schlimmverluste sein. Ähm, immerhin habe ich jetzt schon drei gute Bienen bei mir, aber das war gar nicht gut. Okay. Also wir packen die ganzen Bienen mal rein. Ähm, das machen wir mal ganz ordentlich. Erstmal, erst mal ganz wichtig überlegen, was genau muss alles rein. Wir können ja auch theoretisch alle in die Mitte packen, was ganz schick ist. Also das heißt, das erste wäre Erde. Klar. Ähm, beziehungsweise Gras. Das nächste wäre dann hier, Witter. Das machen wir, ach, packen wir gleich mal die anderen weg. Ähm, das nächste wäre Witter, unsere aktuell wertvollste Biene, die wir haben. Danach haben wir auch eine Standardbiene, die ich eigentlich ganz wichtig finde. Ach, die haben wir ja schon hingesetzt. Ähm, dann haben wir eine Diamantbiene, die kommt dann zum Beispiel da hin. Ähm, danach haben wir die Goldbiene, die kommt da hin. Danach haben wir Kohle, das machen wir ungefähr auch bei der Farbe hin. Copperbiene ist dann hier. Wir haben noch eine Alenbiene. Also wir haben hier unsere vier Erze auf jeden Fall. Ancientbiene, die machen wir gegenüber von der Witterbiene. Eine Obsidianbiene und damit sind alle vorbereitet. Das heißt, diesen Raum hier werden wir jetzt erstmal nicht mehr betreten. Und ich hoffe, die Bienen werden uns nicht kaputt treten. Denn das war echt, echt Horror zu sehen. Ähm, wir brauchen jetzt unser Glas. Und zwar unser Clear Glass. Also, machen wir das Ganze zu. Einmal hier dicht machen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich glaube auch, das Licht sollte ohne Probleme hier reichen. Ähm, was ich aber vielleicht noch mache, ist hier noch ein kleines Licht reinsetzen. Damit hier auch ausgeleuchtet ist. Oder auch hier. Ja, das machen wir gleich. Ähm, Aber, wir hauen jetzt die Bienen rein. Also, einmal hier, Import. Einmal hier, Import. Einmal hier, Import. Und so weiter. Das ist relativ einfach für uns, denn wir müssen uns dabei keine großen Sorgen machen. Und die können jetzt automatisch rausgehen, wenn sie Lust haben rauszugehen. Und das werden wir hoffentlich gleich sehen. Und ich hoffe auch wirklich, dass es richtig funktioniert. Ich glaube, die ist noch gelockt. Ja, ich muss die erst freilassen. So. Also, ihr habt jetzt die Möglichkeit rumzufliegen. Nutzt die Möglichkeit. Und dann müsst ihr gleich hier rausfliegen. Und, ähm, weiterarbeiten, wie es eben davor der Fall war. Und dort die ganzen Sachen dann letztendlich reintransferieren. Und siehe da, die erste Biene ist raus. Jetzt geht es so langsam los. Also hoffen wir, dass die einen Stopp machen. Und keiner von uns seinen Stachel verloren hat. Und wenn wir hier reingucken, wow, es ist schon produziert worden. Das finde ich sehr schön. Und das müssen wir auf jeden Fall alles noch verarbeiten. Jetzt ist die Frage, wollen wir uns damit zufrieden geben, oder wollen wir die anderen noch machen? Ehrlich gesagt, glaube ich, das können wir uns leisten. Und, äh, das sollten wir auch machen. Und wir sollten auf jeden Fall die ganzen anderen Bienen, die wir jetzt doppelt und dreifach haben, sollten wir irgendwo anders ablagern. Ich meine, wir haben sie schon dezimiert, aus Versehen. Aber das sollten wir auf jeden Fall auch noch alles, ähm, übertransferieren. Okay, es scheint, als wäre ich jetzt mit dem nächsten fertig. Ich habe also genug Glas gehabt. Ähm, bedeutet, wir können jetzt hier auch gleich die nächste Appel in Einsatz bringen. Also einmal hier, dann einmal, dann natürlich noch das ganze Austausch mit einem Storage. Also einmal hier. Und wir sehen, validate. Ich habe es falsch rum reingemacht schon wieder. Okay, wir probieren es nochmal hier rein. Checken. Zwei fehlen. Richtig. Also, die sind da. Und es funktioniert soweit. Das heißt, wir können dann gleich nochmal ein Loch reinmachen, werden da nochmal die ganzen Blöcke reinsetzen. Und dann sind wir dabei, die nächsten wegzubekommen. Also, es könnte sein, dass die vielleicht schon reicht. Ich weiß nicht, wie viele Bienenarten wir haben, aber es könnte vielleicht schon reichen. Okay, also die haben wir jetzt auch. Das heißt, das sind alle Bienen, die wir nutzen konnten. Ja, wir sehen, wir haben Verluste. Witter-Skelet-Biene ist klar ein Verlust. Die sehen wir hier nicht fliegen. Wir haben auch schon gesehen, wir haben leider den Verlust, dass wir keine Redstone-Biene haben und keine Cinnabar-Biene. Das sind unsere, ach, und Kobalt-Biene. Das heißt, wir haben vier Bienen verloren. Das ist schon sehr tragisch, muss ich sagen. Wir können mal gucken, dass wir das vielleicht beim nächsten Mal korrigiert bekommen. Aber ich bringe es jetzt erstmal rüber und dann können die zumindest da drin arbeiten, was schon mal ganz gut ist. So, ich glaube, das war es soweit. Wir können jetzt die anderen rein theoretisch mal auskratzen und schauen, was passiert. Und wir sehen jetzt auch die ganzen Blöcke auf dem Boden, bei denen wir wissen, okay, die Bienen haben wir nicht, bis auf die Blöcke, wo wir Masse hingestellt haben. Also zum Beispiel Kapaston und Holz, klar, haben wir die. Aber, ja, wir sehen jetzt hier nochmal, ganz kurz zusammengefasst, Cinnabar, Redstone, Kobalt, Witter-Skelet, äh, und Nicke. Das sind unsere Bienen, die wir leider verloren haben und die müssen wir uns beim nächsten Mal wieder erarbeiten. Ich persönlich habe jetzt hier auf jeden Fall noch eine Menge Bienen drin und die würde ich dann auch einfach, ich lage sie jetzt mal hier drin ab. Die werden wir auf jeden Fall noch benötigen. Und, ähm, wir können auch gleich mal schauen, wir können jetzt auch gleich nochmal schauen, wie viel produziert, äh, wie viel haben wir denn jetzt aktuell produziert. Denn, die da drin, die Storages, die werden ja voll und siehe da, das Ding ist voll, das hier ist nahezu voll, hier ist schon ein gutes Stück drin. Also, die Bienen sind echt effizient mittlerweile und das ist ziemlich cool. Aber ja, auch da muss man sagen, das bringt uns nicht viel, wenn wir es nicht verarbeiten. Deswegen werden wir auch da beim nächsten Mal schauen. Das heißt, wir machen so eine Mischung aus, wahrscheinlich Storage-System erstellen und Bienen, ähm, holen, die wir noch verloren haben. Von daher, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. War auf jeden Fall ein sehr großer Aufwand. Ich habe das Glas jetzt leider noch vergessen, das werde ich aber nach der Folge noch reinmachen. Von daher, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dürft ihr gerne ein Like da lassen. Wenn ihr neu ist, dann dürft ihr auch gerne abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann.